Die Umballfälle sind ca. 20 km vom Hotel entfernt. Vom dortigen Parkplatz aus kann man entweder mit der Pferdekutsche zur Islitzer Alm fahren oder ca. 35 Minuten wandern. Von hier aus kann man die Umballfälle besichtigen. Die Gehzeit zu den Fällen beträgt ungefähr eine Viertelstunde. Die Almen Pebel Alm und Islitzer Alm sind nur 5 Gehminuten auseinander und bieten ausreichend Speis und Trank für die Wanderer. Die Wanderung führt zurück aus dem Wirgental, dem Tal der tosenden Bäche, vorbei an geschliffenen Gletschersteinen und der Islitzer Mühle. Die Umballfälle